es ist schon es ist schon morgen ist schon morgen okay okay ich dachte eigentlich ich kann auch hier länger schlafen okay 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 wir haben jetzt nur relativ wenig essen genau und ich habe jetzt offline mal hier unser haus hier schöne gebaut okay ich war jetzt schon sehr lange nicht mehr auf der welt seit alles in folge okay ich habe jetzt das haus hier ein bisschen ein rand hier besser baut okay okay das gewachsen kicke ich platze das hier gleich mal so bam bam okay was ist das ist die frage ich weiß nicht was genau das ist und hier worum sind denn mehr scharfe sind die scharfe gespawnt kann das sein ich glaube hier sind einfach mehr scharfe gespawnt egal ich wollte hier mal das ab was ist das industrial hemp fiber das war immer noch nicht was hemp ist aber fiber und das ist gerade irgendwie ausgegangen das heißt aber ich habe die dinge drinnen die farm dinge wir brauchen hier unbedingt wasser ich platze wieder das sieht dann ich glaube ich hole mir jetzt einfach mehr was das ding ist wir haben kein eisen wenn genau ein eisen ich schaue mal haben wir hier mehr eisen ist die frage genau so dann einer hat auch geschrieben ich könnte hier als bett den dinge mitnehmen hier aus der schiff der ist nämlich okay das ist ja schon wieder zurückgewachsen ich hasse es okay dass man kann ja okay wo war das hier jetzt war unten geht das war unten hier ist nämlich zum bett drinnen gewesen und das kann ich natürlich auch mitnehmen hier so warm 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 so genau und mit dem bett also ich kann man geschätzt ein bett bauen kann ich habe ich wenigstens irgendwas hier zum liegen glitschers kam was ich mit der machen soll genau sagen gehe ich ja hoch ich weiß jetzt nicht ob hier noch eisen ist irgendwo ich habe angst dass hier irgendwo fische sind silberfische sagt bam bam und bam ich wollte heute erkunden gehen mit dem boot kraft oder so die gibt es 1000 inseln hier ist 1000 inseln und gehe ich hier mal rüber ist doch das eine loch von letztens ich brauche hier mal den schlafsack hier hin mehr weniger jetzt kann ich bin auch hier hinlegen genau so ich brauche ich brauche ich brauche noch ein bisschen kobbelstau habe ich genug ja doch ich habe genug kobbelstau nämlich kohle oder so kann ich nachschauen ich brauche ein eisen für bucket nämlich keine ahnung ich kann man hier nachschauen ob irgendwo kohle ist so bam ich gebe es hier rein und das bin ich auch ein hühnereier so wir haben nämlich nicht mehr so viel dinge was ist das soll sind so sind sie das chest warte mal doch tatsache sind chesty angeschwommen sind irgendwie netherrack okay warte mal warte mal wenn wir netherrack haben können wir nachher nicht auf den netherrack in die feuer platzieren oder so damals in lagefeuer oh mein gott okay und manchmal mit dem chest auf die man hätten mal ich heißen drin ich kopf ich glaube die chesty näher auch schon sehr dreckig hier und sind lange bewusst wäre also geflossen sind wir irgendwie angeflossen was das green candle eine grüne kerze okay was ist das hier fancy lantern okay ich nehme mal das alles hier wieder mit noch mal kohle drinnen bisschen irgendwie lichter oder so ich lasse kopf mal hier drinnen spiel neben braucht der kann ich sie entschalten buchte einen efficiency 1 okay das heißt dass ich mich nicht egal wo ich das draufgebe auf welche waffe ich brauche halten an boss kann ich das praktisch draufgehen mit level ich praktisch schneller ab dass hier oh mein gott oh mein gott das ist ein jackpot wie viel heißen wie viel essen wie viel essen hier ist hier ist auch trinken ich immer noch nicht mit was ich was mit trinken hier machen kann die mir alles mal mit sie drinnen okay hier ist bett drinnen das ist okay was das clock 18 pistole und magazin oh mein gott habe ich eine pistole okay ich glaube ich habe hier irgendwie lol aber ich glaube ich habe hier irgendwie keine keine munition oder so ich glaube das ist eine falsche munition hier egal sind noch irgendwo was lol hier ist auch dings drinnen boot holz redino okay ist jetzt holz und das bräuchte definitiv nämlich ist noch irgendwas drinnen was ich noch brauche ich noch was okay ist gar nichts mehr ich nehme mal das hier ist netherrack mit es ist netherrackino reichen ja ich kann sagen ich habe nur irgendwie angst dass hier fische sind oder so und unter wasser okay ich habe da vorne irgendwie gesehen warte ich bringe das mal hier rein weil sie mich ein schiffsrack hinter mir nämlich okay jetzt kann ich glaube ich eisen schmelzen mit kohle jetzt mache ich so genau generell eisen auch noch ich weiß nicht eisenblock kann ich mal hier umwandeln den dings ich mache hier eine block chest und ich sortiere die chest und diese bam bam hier sind die ganzen blöcke bam 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 ich kann ja eigentlich sand auch gleich schmelzen so glas könnte ich machen so bam wir haben jetzt auch candles und so weiß jetzt nicht wo ich die candle hinstellen soll genau der fackel habe ich auch gecraftet hier eine kohle ich habe genau eine kohle gehabt und habe sehr offline schnell gekraft hat einfach weil hier immer wirklich nachts ist sie wirklich stockfinst man zieht nichts okay und man sieht wirklich nichts ist komplett schwarz alles ich glaube youtube und so macht das nämlich noch noch dünkler als das sieht man gar nicht wirklich gar nichts bevor der ofen hier aus rennt schmelze ich noch seine ersten hier man kann ich eigentlich gleich ein dings schmelzen ich brauche mir ein kleines lagerfeuer hin irgendwie jetzt brauchen wir noch flinz kann man mir im gravel also gibt es eigentlich isa wir brauchen eine schaufel eine schaufel der dino und die schaufel schaufel der dino voll schwert man äh aussprechen ja ok genau ein cobblestone aber nicht mehr viel cobblestone aber es geht hier so ähm genau so bam ich hoffe warte mal ich nehme glaube ich als eilig rebel einfach und platziere es hier immer wieder bis ich einfach äh flint hier rauskriege so bam irgendwann kommt der flint raus nämlich so oh oh ich habe gerade einen weg gebaut ok egal ah genau jetzt habe ich flint das heißt ich kann mit einem eisen und einem flint kann ich jetzt eigentlich ähm genau im flintenstil das heißt ich kann jetzt genau ich kann jetzt mal ein lagerfeuer machen irgendwie so habe ich jetzt ein lagerfeuer das fall ist wo stelle ich die dinge hin ähm ich kann mal hier die dings die fancy latin kann ich mal irgendwie hochgeben und hoch ich glaube das hier irgendwie verpackt ja genau jetzt ist richtig sieht auch richtig cool aus hier die die lazerne mit der kerze hier drinnen bisschen verpackt aber passt schon hier ok ich baue mal hier irgendwie einen Tisch ich glaube ich baue hier einfach ähm einen dings ich glaube die villagerdörfer oder so haben das auch so ein tisch da kann man sich drauf egal ich mache einfach machen wir sowas ok lol die kann man ja auf der wand ok nevermind man kann die auch auf der wand hier äh ran machen ich kann hier nicht statt der fackel hin machen fackel kann ich irgendwie raus außen hin geben kann ich die fackel hin geben ich platzier's mal hier irgendwie weil es nacht wird mal ok ok hier ist noch mein eis ich spiel's mal hier sand sand hier so bam so bam die waffe gebe ich auch hier unbedingt weil nicht dass ich die irgendwie verliere gehe ich mal die hier mal irgendwie rein so bam bam und der lichter gebe ich auch mal rein genau das bett kann ich noch platzieren das bräuchte da nichts mehr genau ähm ihr könnt auch in den kommentaren schreiben ähm was ich hier noch verbessern soll oder wo ich hingehen soll oder wo ich vielleicht hier irgendwie mal auf einer insel oder so vor ich kann was das hier vorne vielleicht wohnt da vorne wäre ja vielleicht sagt mal wo ich hier hingehen soll äh und ich will generell hier irgendwie mal überall hinfahren da vorne ist auch irgendwie eine insel genau die ich habe ja das kaputt gemacht egal und lol ist das ein horse da vorne warte mal lebt dort wer sind fackeln oder sind es reds und fackeln ne es sind mal fackeln glaube ich genau und hier ist ein schiffstrakt da wollte ich eigentlich auch noch hin aber ich sehe gerade warum ist da wer oder ist ausgestorben man sieht so aus wie ein horse und irgendwie ein paar blöcke ich gehe da unbedingt heute hin ok ist das ding äh so bam ich lage schnell alles ein mit dem essen hier so bam ich mache mir mal hier gleich ein schwert ein eisenschwert direkt ich habe echt angst dass irgendwie leute dort sind oder irgendwelche typen die waffen haben oder ich habe keine ahnung so ich gehe wieder spitzer genau rein und das ganze zeug so bam 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 das esse gebe ich auch einmal ein bisschen teil vom essen gebe ich auch rein und ich höre die ganze tiere hier ganz so schwein hier ein bisschen ein bisschen sortiert hier kann man eigentlich rüber genau ein boot muss ich mir noch kraften hier so bam 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 ich könnte mir eigentlich rüber hier ist noch schon scharf eigentlich die schafe wollte ich auch noch paar ich paar mal schon die schafe Ich kann genau ein Schafbaby machen Genau, so, bam Okay, nice Oh, hier ist auch noch ein Schaf Oh, ich hab Schiefe gekriegt Oh, hier ist ein kleines Babyschaf, okay Ähm, genau Ich wollte jetzt schauen, was hier da drüben ist Genau, hier ist auch noch ein Netherric Oh, ich brauch nicht so viel Netherric Ich geh mal hier rüber einfach Zum Schiffsrack mal So, ist hier irgendwie Ähm, ein Chest Oh, so, ist die Frage Ich hab echt Angst, dass hier irgendwie Tiere sind Was war das? Was ist das für ein Geräusch? Oh, was ist das für ein Vieh? Was bist du? Hallo? Wow, ist, ist, macht irgendwie Was komisches Ich soll, ist, 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 ist noch ein Tipp Oh, oh Ich will mir Angst für die Tiere Hä, wo ist der? Ich seh ihn gar nicht Oh, da vorne ist er Oh nein, die sind einfach heil Oder was sind das für Vieh hier? Ich kann nicht, was das hier für Vieh sind Ich glaub, das ist irgendwie weggegangen Oh, er kommt schon wieder Hier ist ein Chest Aqua Infinity, okay, okay, okay Ich kann nicht gleich erkennen, was Aqua Infinity ist Das Tier weggeht Vorne So, gibt's hier noch irgendwas? Ist hier irgendwas drinnen? Bitte, dass irgendwas drin ist Oh, hier ist jetzt Dings drin Okay, ist Kohle drin In Öfen Und scheinend Nein, stell dir hoch Brauch unbedingt Aqua Infinity Aqua Infinity ist nämlich So ein Jump, wenn man das auf irgendeinen Helm Oder so gibt Dann Ähm Praktisch hält man länger im Wasser durch Und so Okay, dann gehe ich hier nochmal runter So Ähm So ist hier noch irgendwas Könnte ich hier irgendwas rechts klicken Das ist ein Chest Ah, hier ist ein Chest Oh, hier ist ein Diamant Diamant Engine Oh, oh, ich nehm Diamant Engine Was ist ein Diamond Engine? Wahrscheinlich ist das normalen Diamant Aber auch, genau Ich hab das einfach verpackt Okay, mit den ganzen Namen Okay, okay, okay Was ist das? Okay, das ist nur ein normales Sandblock hier Okay, ich hab Aqua Infinity Und hier irgendwie Blocks Und hier genau Ich hab 5 Dollar Was auch immer ich doller machen kann So, ups So Jetzt bin ich wieder im Boot In Boater Aidenau Ich fahre jetzt mal hier Ich hoffe Ich hab mir hier Abstand Oh Hier sind sie einfach Villager Okay, okay Jetzt die Frage Sind die freundlich? Ich halte mein Schwert hier bereit Sind die freundlich? Ist die Frage So, bam Ich hab Angst, dass die mir irgendwie jetzt angehen Oh Ich hab mich gesehen Ich glaub nicht Stell hier ins Gebüsch rein Oh, oh Nicht, dass mich irgendwie sieht Okay, hab ich noch nicht gesehen Schau mal Bist du freundlich? Kann sein, dass du freundlich bist? Oh Okay, ist freundlich Electricity Das heißt, okay Copperwire Achso Doch, ich glaub, die sind freundlich Okay, ich glaub Die verkaufen auch hier random Sachen hier Ich hab, glaub ich schon Haus gebaut oder so Okay, was ist das hier? Bürgermeister aus Okay Das heißt, es gibt einen Bürgermeister Und ich Leute, okay Hier sind viele Okay, Leute Hier sind richtig viele Als ob es hier so eine Stadt ist oder so Okay, Leute Ich schau mal hier rein Okay Oh, Leute Willhelm, der Bürgermeister Hi, ich bin Wilhelm Ich bin Bürgermeister hier auf der Insel Die Stadt hier wird gerade mal aufgebaut Also wundere dich nicht Warum hier alles so rum Warum hier alles so rumrennen Ja, es rennen definitiv sehr viele Willi rum Aber genau nicht Warum schreibt er so schnell? Wir sind hier einfach rumgereist Auf der Sonne einer guten Insel Für die Stadt Und das hier ist einer der besten Inseln Einer der besten Einer der guten Inseln für eine Stadt Und das ist einer der besten Die wir hier gesehen haben Kommt mal wieder Vielleicht ist die Stadt dann schon Schon ein bisschen weitergebaut Okay, der kommt mir sympathisch vor Er schläft ja auch irgendwie Und irgendwie fällt mir gerade drauf Die Pressure Plate gehört eigentlich dahin Wenn er will irgendwie Dass die Tür zugeht Ich glaub, das hat er irgendwie Fehl gebaut Aber egal Und hier kann eigentlich Oh, okay Was verkaufst du hier so? Okay, Kohle Okay, es ist Marktal Okay Ähm Gut zu wissen Auf jeden Fall, dass hier ein Dorf Weil es wundert mich wirklich Ja, tschüss Tschüss, Willen Okay Wir haben auch hier solche Dinge Hier von dem Graf Was handelst du? Ich glaube, das ist gar nichts Wir werden immer Häuser gebaut Okay Müsste unbedingt Mehr her schauen Oder so Vielleicht wird irgendwie Irgendwann so komplette Stadt So Keine Ahnung Oder wir sind hier Venedig oder so Hier von fast Ich habe keine Ahnung Okay, für jedenfalls Gehe ich hier mal wieder zurück Ich glaube nicht, dass die Irgendwas Ähm Spezielles Verkaufen Oder so Ich gehe mal wieder zurück Zu Glück sind hier nicht Äh Dings Zu Glück sind die nicht Äh Böse hier Ja gut Da will Da hat er will Ja gut Gut, so bist du es hier Eine Stadt ist Mehr oder weniger Also erst aufgebaut wird Okay Ähm Mir ist gerade aufgefallen Hier im Schiffsrack Weißt du, ein kleiner Ort mit Öfen Hat das nicht unser Schiff Dings auch Frage ich mich Ähm Ist das die Frage So Doch Definitiv Doch Unser Dings Äh Schiff hat auch so ein Schiffs Ist eine Schiffsöffnung hier hinten Gibt es auch irgendwas drinnen Kann ich das abbauen Doch ich kann Tatsache ich kann es abbauen Okay Ähm So Okay ist nichts dran Okay was ist das Noteblocker Kann ich mal mitnehmen Ich mal nicht Warum nicht Okay nehm mal hier Noteblocker So Bam Äh Ich Äh Okay der eine Block Den kriege ich nicht Ich baue das mal wieder Hier hin Nicht dass sich irgendwie aufregt Genau Und die Frage ist eigentlich Wo ist Leonard Muss wirklich mal Komplett erkunden Genau Habe ich Angst Weil Leonard hat ja gesagt Dass hier Allein sind gleich aussehen Ich glaube nächste Folge Gehe ich mal da hin oder so Ähm Oder wenn ich Auch wenn ich irgendwas Äh übersehen Oh Aber wenn ich irgendwas Übersehen habe oder so Könnt ihr das auch in die Kommentare Natürlich schreiben Genau Und mein Klasse ist fertig Okay Ähm Genau So Bam Jetzt brauche ich mal Das Glas sehen Jetzt haben wir endliche Fenster Okay Ich habe noch ein bisschen mehr Glas Lass mal hier einfach drinnen So 5 Dollar Was soll ich das hingeben Jetzt mal einfach hier hin Okay So Bam Bam Okay Wir haben ein Notblock Ich weiß nicht was ein Notblock bringt Okay Ich glaube man macht einfach nur die Sounds Lol Egal wo man Ass Warte mal Egal Auf welch Warte mal Auf wie Wenn ich jetzt hier mache Ist es noch mal Okay Wenn ich jetzt hier Lol Es handelt vom Block ab Auf welchen Block man den drauf platziert Wenn ich jetzt hier mache Lol Oh Nein Mein Notblock ist kaputt Gar nicht Egal Egal Ähm Genau Ich könnte hier Einmal Ich glaube ich bau demnächst einfach hier Die Schafswand Größe Dass keiner aufrückt hier Nein Ich wollte nicht schlagen Scharf Nein Genau Ich will hier nicht ein Block darüber aufbauen Äh So Irgendwie So Ich weiß ja mal ein bisschen größer So Bam So Das ist genau aufregt Das Ding wie zu Zu engen Raum sind Aber ich glaube ich habe ein bisschen größer Baut es da Hier ist doch irgendwie So hier Dings oben Aber ich kriege die glaube ich noch nicht Ähm Genau Da müsst ihr irgendwie solche Lianen wachsen Mir fällt gerade auf Auf dem Baum sind auch Lianen hier gewachsen Ich glaube die wachsen erst die Lianen auf den Bäumen So Dann hole ich mir gleich hier die ähm Dings hier Und ich weiß nicht wisst ihr wie man Kekse craftet oder so Ich glaube mit Kakaobohne kann man irgendwie Kekse craften oder so Die kann man natürlich auch essen Okay So nice 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 Dann gehe ich wieder zurück Genau Essen ist wirklich eine wichtige Sache gerade Der Baum war ja noch nicht vorige Folge oder Ich glaube nicht Wachsen die Bäume einfach so kann das sein Ist ja auch Dings oben Aber ich glaube da kommen wir noch nicht so hoch Weil die Lianen noch zu hoch gewachsen sind Okay ich baue mir hier noch ein bisschen ab Wegen Seeds So bam 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 So Okay ich habe jetzt nur ein Seed herausbekommen Aber egal Wo ich mein Ding sind meine Äh Erntehacke hier Hier ist hier Meine Erntehacke nämlich So So ich glaube Äh Coco Beans Also die ähm Kakaobohnen kann man glaube ich nur auf so in Holz Äh Dings anbauen Das heißt ich kann mir mal so in Holz ähm So ein Baum irgendwie umfällen Oder so dann kann ich vielleicht die Dings auch Farmen Ich kann eigentlich versuchen hier Das ist kein Baby Schaf Äh so Dann will ich dir mal sagen Wir haben erfolgreich eigentlich einen Tag hier Ähm Oh Der Schaf Wir könnten auch irgendwie ein Schaf benennen Fall mir gerade drauf Irgendwie einen Namen geben Genau Ähm Ja das war es mal für die Folge hier Ich erlebe mich wahrscheinlich jetzt wieder schlafen Erfolgreicher Tag Wir haben die Stadt erkundet da vorne Äh Wir schauen unbedingt nächste Folge nochmal hin Ob sich da vielleicht irgendwas erneuert hat Oder ob da irgendwas dazukommen ist Oder ob da gar nichts passiert ist Ich weiß nicht Was auch immer passiert ist Ähm Ja wir schauen auf jeden Fall nächste Folge dahin Und ja Und Lasst ein Like und ein Abo da Für mehr Minecraft Aquana Und Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal